mal gucken mal was gegönnt hier eine goldene 7 und 10.000 10 euro eine million oder wieviel ist das? 100.000 von einer milliarden ich weiß nicht ob jemand schon 100.000 beim rubbel los gewonnen hat was denkst du? ich weiß gar nicht, da brauchen wir auch eine 7, ja? ich weiß nicht. ja bestimmt eine 7 oder eine flamme bestimmt. was ist das b? keine ahnung nichts farsche